Applaus Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Applaus Die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die herrschenden Erzittern, sitzt du als Hintergittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.